Wir wollen mit ein paar Vorurteilen über Studierende und das Studium aufräumen. Vorurteil Nummer 1. Nur wenn ein Studium immer Spaß macht, ist es genau das Richtige für mich. Also ich würde sagen, das stimmt jetzt so auf den ersten Blick nicht, weil es wird immer Module geben im Studium, die euch nicht so viel Spaß machen werden oder in denen ihr jetzt vielleicht am Anfang nicht so viel Sinn seht, aber es gehört alles zu einem großen Ganzen und deswegen nehmt es einfach an, nehmt es mit und im großen Ganzen sollte euch das Fach und das Thema natürlich schon Spaß machen, aber lasst euch nicht abschrecken, wenn mal was dabei ist, das euch jetzt nicht so viel Spaß macht oder wo ihr jetzt nicht so viel Freude dran habt. Also das hat alles seinen Grund, warum der Mix so ist, wie er ist. Deswegen freut euch drauf und das wird cool. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.